Was ist hier hinten? Das sieht doch genauso aus wie hier diese Halle, wo wir gerade erst waren und unseren Kampfteil geführt haben, nur dass halt diese Mittelsäule nicht vorhanden war. Nichts? Man? Ja. Was? Oh, Schicke. Ich glaube, dass ich mich außerhalb des Menschen gesehen habe ist, dass ich schon seitdem. Du bist ein Läna-Gin, oder? Hm? Ja... Ja, das ist so. Hm? Sie sagen, dass Sie Fragen stellen können. Sie stellen, wenn Sie答en können. Aber ich kann uns auf die Spannungsaktivität nicht sehen. Ich will kurz sagen. Das ist das Härjewel. Y-an-s-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an-schi-an. Das ist das, was ihr? Das ist wie immer die Spannungsaktivität. Das ist ein bisschen wie einzuschreibst. Es gibt keinen davon, dass ich von dir persönlich ist. Wie ist das hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum? ... Das war's für mich. Das war's für die ganze Welt, die sich für die Welt der Welt entwickelt. Das ist das, was ich? Entschuldigung. Dankeschön. Läna-Ginna, derzeit nicht existiert. Verrückt. Tio-Halim. Es würde halt zum Sinn ergeben, ne? Wenn sie damals die Magie wohnen konnten. Vomir hält halt nichts davon, wenn er uns anlügt. Ich meine, er hat ja eigentlich, oder die Leute, die hier sind, dann haben ja nichts mehr mit den Ränkeschmieden zu tun, die zwischen Renéern und Denéern eigentlich stattfindet. Dadurch, dass sie ja so ewig lange da oben rumhocken. Wo dann immer noch die Frage ist, wie lange sie da oben rumhocken. Das müssen ja schon mehrere tausend Jahre sein. Das ist ihm halt einfach egal, glaube ich, ob er für die einen oder ob er halt da unten sich tot akkert oder ob er sich da oben tot akkert. Ich glaube, ihm ist das einfach egal. Oder seine Art und Weise. Es hat einfach so... Aber guckt er auf jeden Fall aus. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er lügt, weil sie hätten halt nichts davon. Weil zur Zeit sind wir ja diejenigen, die da oben in der Patsche sitzen und nicht wegkommen. Weil unser Schiff nicht funktioniert. Aber es würde halt, wie Renewild das ja schon gesagt hat, erklären. Weil sie kann ja Magie quasi ausführen. Und ihre Familie wurde ja... Oder ihr stammender Familie wurde ja ausgerottet. Es würde halt... Es wirft Fragen auf, aber es würde auch einiges erklären. Ja, Brinn will damals noch nicht genau zugehört, als er das so ein bisschen erklärt hat. Mal sehen, was wir jetzt erfahren. Können Sie meinen Korten an, wenn ihr euch vorst, dann ist es... Wenn ich mich auf dem Korten versuche, dann wissen wir die Korten. Wenn ich mich über die Korten versuche, wie ich auf den Korten versuche, und ich werde das Korten versuche. Und ich werde das Korten versuche, wie ich sie in Korten versuche. Das war's für heute. Lernazin und Helgheim-Kill sind ziemlich verstanden. Wir haben für die Zweite, die Lernazur-Armahe wieder zu entwickeln. Aber es hat nicht nur die Geistigkeit der Geistigkeit der Geistigkeit des Geistigkeit gegeben. Und wir haben damit, was die Geistigkeit der Geistigkeit gemacht hat. Und wir haben die Geistigkeit von Geistigkeit von Geistigkeit gemacht. Das ist ein Geistigkeit. Ja, das ist das. Das ist also, dass die Schwung der Schöne der Schöne-Küche stattfindet. Der Krieg war verletzt, also er ist es nun den Weg. Das ist doch sehr schwierig, dass die Schöne-Küche stattfindet. Aber ich habe es versucht, die Situation aufzunehmen. Das war das... ... in der Kier-Küche von der Kier-Küche. Da ist das, was der Kier-Küche der Kier-Küche? Was ist das? Ich glaube, die Leute sind einfach so mega abgestumpft mittlerweile. Ich glaube, die Leute sind wirklich in der Welt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich glaube, wir werden es so nie erfahren. Wir sind einfach aufgeploppt. Wiem? 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 Ich bin der Fall von Helgheim-Kill. Aber es gibt sicher nicht so viele Menschen, die ich mir nicht erwarte. Ich weiß, dass ich nur die Zeit zurückkehren, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. So ist es. Ich glaube, es wird so sein. Wenn man sich die Verletzungen verletzten, hat man sich die Kraft und keine Kraft gegeben hat. Ich glaube, das ist das Problem. Ich denke, dass ich das Gefühl habe. Dann... Ich denke, dass wir jetzt schon ein Gespräch machen müssen. Wer kann man überraschen, wenn man überraschen kann. Das ist einfach, als Rindwell. Das ist einfach nicht einfach. Ich kann nicht sein, dass ich es nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so verletzen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so verletzen kann. Aber wenn ich mich noch nicht mehr zurückkehren, ich kann mich nicht mehr so weit weggehen. Das ist doch so, dass ich mich nicht mehr überraschst. Dann können wir uns nicht mehr überraschend. Wir sind nicht überraschend. Wir sind überraschend. Wir sind überraschend. Das war's für mich. ob nur eine sterben wird schwer zu sagen schwer zu sagen überlege gerade ob enthält also in den zwei spielen die ich bisher gestorben genau gespielt habe ob da einer gestorben ist meine von den hauptprotagonisten ist bisher meiden das wissens nie einer gestorben wobei doch in telser symphonie könnte glaube ich einer sterben könnte mal nicht einer sterben aber es muss keiner sterben also ja kann sein also ich könnte mir vorstellen dass ihr hier was passiert ich könnte mir aber auch vorstellen dass dorin was passiert oder alfen einer von dem dreien glauben tue ich nicht aber es könnte sein wenn einer sterben sollte ich glaube der tels ist ja nicht ganz so wie final fantasy bei final fantasy ist der mehr leute auch auf protagonisten final fantasy denkt oder square denkt sich nur so okay welchen charakter können wir heute rausschmeißen ochtet ja kommt zack so ähnlich geht das bei square ja rinwil ja gut rinwil gut was ich mir vorstellen könnte wer hutl die eule das rinwil vielleicht das rinwil vielleicht dazwischen geht dass die eule stirbt das könnte auch sein rinwil weiß ich nicht wenn ich die eule ja es könnte sein dass vielleicht die rinwil was passieren wird oder könnte und die eule dazwischen geht das ist ja schon mal passiert nur da ist glaube ich alle voneinander zwischengegangen mit seinem schwert und hat die eule gerettet und war dann ja so ein ding der dati auch nur so nein bitte nicht bitte nicht hutl und wb kaya also ich bin gespannt also wie lange geht es nicht mehr also es geht noch ein paar stunden aber es geht erst immer so ewig lang wir sind unter der zehn stunden marke also je nachdem wie ich mich anstelle könnten das halt schaffen ich schaue immer mal wieder nach wie lang es ungefähr noch dauern könnte ich will mich aber auch nicht hetzen wir machen das hier alles in ruhe aber es wäre schön wenn wir es heute durchkriegen wäre wünschenswert wie gesagt da können wir nicht so also ganz entspannter strange anfangen ja Oh nee, 300年積み重なった憎しみや偏見を 水に流すのは容易なことじゃないわ うん 憎しみがどんなに心を堅くなにするかは 私も知ってるから それでも私が変われたみたいに 他の人だって変われるかもしれない その時、間を取り持てたらいいなって ダナ人で精霊術使いの私が リンウェル それと精霊のことも気になるんだよ 朝日に今までの人気が温まった 私たちの世界をお見せすると それでも私たちの人気が温まった この人気が温まった 来日には私たちが温まった ただ、私たちの世界を出てくる 私たちの世界を出てくる 私たちの世界は絶対に破壊しない Ich werde zwar auch online sein, also PC sein, aber ich werde wahrscheinlich nicht streamen. Wenn es mir so geht wie die letzten Male, liege ich definitiv zwei Tage mindestens flach nach der Impfung. Freitag steht halt echt nen Stern, Samstag stream ich ja, wie gesagt, das ist ja wenn nur Ausnahme. Also wahrscheinlich wenn wirklich erst Sonntag. Und dann würden wir natürlich zwei Wochen warten, also eine Woche überspringen. Wenn nächste Woche ist ja Lothro dran. Da gibt es kein anderes Spiel außer Lothro. Hier ist Dua Lim und da ist Loh. Hallo Dua Lim. Ja. Und dann kommt das mal? Ja. Wie gesagt. Ja. 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 Das war's für mich. 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 Und das war's für mich. Das war's für mich. Ich kann über Life is Strange. Kann ich stundenlang weiter diskutieren. Aber ich liebe es. Wirklich. Ja. Aaaaaaah! Echel Chloe. Ich mag Züge. Ja, Frisch. Das wissen wir. Das wissen wir, dass du Züge magst. Fussigi? Ja, Fussigi. Ich hatte die Züge. Ich hatte die Welt, mit denen das ich, was ich zu tun habe. Ich hatte es nicht mehr als zu verabschieden. Ich hatte es nicht mehr als 300 Jahre. Nein, als ich mich, dass ihr die Helga-Em-Kirchen mit dem, dann noch vor das Fussigi, das ganze Zeit von der Unbruch, und noch vor dem Beste zu sehen. Ich habe es nicht mehr als Nebhri-Kirchen gebrochen. Das war's für mich. Das ist das, was ich? Und? Ich habe gesagt, dass ich mit Kisara gesprochen habe. Ich habe mich vor, dass wir uns beide leben, dass wir uns nicht mehr mit dem Schmerzen haben. Das war dann, Kisara, dass wir uns selbst nicht mehr schmerzen müssen. Das ist, dass wir uns beurteilen. Wir müssen uns beurteilen. Beurteilen? Wir sind ja, er ohne dasselbe. Ich bin früher nicht das. Ich gebe dir, dasselbe, dasselbe ist. Ich muss das Gefühl auf zwei, dasselbe. Ich muss das Eingetikai aus, insofern. Wieso ist es gesagt, man kann sich den Schein, dasselbe den Menschen mit dem Gegner-Kamikai um das, Ich bin so ein bisschen geübter. Du kannst nicht überleben, dass es nicht so schnell wie es. Du kannst mich übernehmen, wenn du es dann besser verletzt wird. Ich bin auch Sion und der Zeit. Ich kann mich überleben, die Welt zu leben. Ich kann mich überleben, die Menschen haben. Ich kann mich überleben. Ich kann mich überleben, dass ich die Welt zu finden. Ich kann mich überleben, um die Welt zu finden. Ich habe einen Lachen in dieser Person gefrisst. Die ist so toll. Es gibt uns ein Boeing. Oder auch zwei Boings. Oder fünf oder sechs. Es gibt uns tausend Boings. Ah ne, so viele gehen gar nicht. Ich glaube, 29 ist das Maximum. Glaube ich. Wir sind grüßlich. Ich weiß. Beste Helden ever. Helden mit Samtpfotenpantoffeln. Samtpfotenpantoffelhilde. Hey, das ist gut. Samtpfotenpantoffelhilde. Das merke ich mir. Ich glaube. Ich glaube, ich bin ein Beispiel der Hauptpartei. Das stimmt. Sion. Ah, boinkt um die Wette. Los, boinkt für mich. Ich muss echt mich öfters daran erinnern, diese Scheiß-Zapp, also Screenshots zu machen. Ja, muss ich machen! Es dient den Thumbnails immer am Ende. Ich habe keinen Bock, das immer aus dem Video selbst auszuschneiden, wenn dann immer meine Scheiß-Kamera davor ist. Ich will die Kamera meinen Liquid nicht ausschalten. Ich will ja, dass ihr meine Reaktionen seht. Ja, quasi, ja, diesmal profitiere ich davon, wenn ich das mache. Ich weiß wirklich, wie man die Clips ausschalten kann. Ich würde es echt gerne ausschalten. Das nervt mich. Aber ich habe keine andere Wahl. Wobei doch, ich könnte, äh... Ah ne, Desktop-Dinger gehen nicht immer. Kann ich immer vom gesamten Desktop das machen. Kann ich das irgendwie... Ne, das sind nur Benachrichtigungen. Gerade. Ja, man könnte das vielleicht irgendwie mal ausschalten. Dass dieses... Die Clip bekommt. Echt ätzend. Im Spiel. Ah, warte mal. Sound-Up spielen. Haha! Ich glaube, jetzt müsste es stumm sein. Hoffe ich. So, ich mache aber eine ganz kurze Pinke-Fauze. Äh, denn so nach zweieinhalb Stunden... Ihre ist doch mal ganz angebracht. Ja, mal kurz gucken. Okay? Also, ich mache es mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020